Hey du kannst äh mehr Babs Einfluss kriegen? Z1 Mehr als mehr Babs Einfluss Über 100 habe ich Babs Einfluss Über 100? Habe ich gar nicht gekostet Macht Gulden kostet mich das Ich kann nicht mehr so verwirrt 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 Die haben England und die Toskana Wo? Du willst Ich kann nicht mehr so verwirrt Ähhhhhh Beanspruch Freigrass Mein König wie kann nicht länger Beanspruch Freigrass machen Beanspruch Fundabilisations Rappt, 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 rappt. Jetzt ist 96 Ich hab noch mal 1000 70 im Jahr Ich weiß noch nicht wie lange das noch dauert Wie lange was noch dauert? Nein, ich kann noch mal als 4 Ich kann noch mal als 4 Das ist ja ungefähr ausrechnend Du drückst pro Jahr Ich kriege zum Beispiel 40 dazu 596 habe ich jetzt 1000 sind nötig Rechnen Nicht tun müssen, ne? Fast, ich hab ein Fürbiss rede Ja Aha Wie wäre Hey D Ja Da sterben wir ja auch Äh Äh Rotten Wettrüsten gegen euch Gleich größere Flotte wie 230 Ich weiß Ich weiß nicht 32 Ja Äh Äh 23 Schiffe wie 23 Schiffe wie Äh Äh 4 4 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 5 5 6 6 6 6 7 7 7 5 5 5 5 5 6 6 7 6 7 7 9 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 14 14 14 15 15 13 15 15 15 15 16 15 15 15 16 15 15 15 10 15 2. 2. 3. Und Österreichort. Da ist es okay. Und zwei Schiffe. hey Oh nein, Wilde haben sich gegen mich erhoben. Ach, Wilde habe ich gar keine mehr. England ist mit Partikel als Militärbündnis. Ich schaue noch eine gesunde Zwei-Angriffspolitik vor. Zwei-Angriffspolitik, aha. Wie wäre? Woher du gar nicht angreifst? Greif ich die Provozo. Weil die Provozo ist auch verbündet mit mir. Schutz von Österreich. Wolltest du den Vatikan treffen? Weil ist dieser Provoz frei befreit worden. Starte mit Castilla. Ich habe keine Starte mit dir. Bei dir ist es in Ordnung gestorben. Komm gut. Hey. Okay! Israel erklärt Hessen in Krieg. Ich starte ihn hier. Ich starte ihn. Komisch. Ich kippe ihn. Aktivieren. Ich wollte ihn jetzt eigentlich einschlemmen. Ja, weil wir ihn mal locken. Ja, machen wir. So, der Rivale meines Rivalen. Über Frankreich ist wenigstens frei, Alter. Herr Selin, ich muss mir ein bisschen beliebt machen. Ähm... Ich weiß nicht warum, aber wenn möglich, ob ich die ganze Zeit den Diplomaten... Die Diplomatie bis aufgeschrauben. Okay. Kann machen. Die Diplomatie. Die Diplomatie. Die sind fertig. Ich hab Takt gebastelt. Naja, geht ja. Lauft! Ja. Da hinten... Ich hab' die. Was ist da? Oh, die hab ich nicht erwähnt. Ich weiß, ich meine... Aber Schiffsamilie ist aber gut gesagt, das sind 25 Schiffe. Ich würde die auslachen, wenn ich die. 25, 4 und nochmal 4. 33 Schiffe, nein ganz große, ich habe nur 8. Ich glaube 11. Das ist alles wieder gut. Hurra! Was müssen Sie jetzt anbringen, oder? Das ist gemacht, das ist gemacht, das ist gemacht. Amos du Kolonien, da wird es schon wieder so anstrengend, um zu searchen. Ich meine, Amo. Ich habe das Handels-Embargo gegeben, wie gesagt. Ich lasse es mir machen. Ich mache noch eine Haufe Kohle mit meinen Armen. 3 Prestige! Go to! Sehr gut! So! Mitgeliert! Okay, das war es noch nicht zu tun, oder? Damm, damm! Ääh, Shipbuildingzeit, Shipbuildingzeit. Ich war da! Ich habe das Давdruck! Ich hoffe bloß, dass diesmal eine Kolonie wird und nicht so wie beim letzten Mal. Nein, ich mache gerade alles dafür, dass es nicht geht. Vier Länder brauchst du oder sogar? Hä? Ja, fünfe glaube ich. Also vier Länder oder ist es irgendwas? Dann kriege ich die Kolonie schon wieder nicht hin, weil... Welt 1 kriege ich schon. Wie nennt er sie? Welt 1 kriege ich. So, da oben hast du eh noch unbekanntes Terrain. Bei dir. Ja. Weil dann kann man größer Tore holen. Einsteig. Kannst du hier bitte? Das ist aber nicht. Ich weiß, dass da aber... Bei mir wird da nichts gezeigt. Braue Umrundung einfach. Braue heißt eigentlich ist... Ja bei mir auch nicht, aber da sind denen zum Beispiel ist das schon mal. Was haben wir da eigentlich? Da haben wir... Fisch. Aber... Kaukau. Kaukau. Das sieht super aus. Was? Wo mein Auftrag ist gleich? Ja. Geht's ja hin mit meinem Auftrag. Als nächster ist nochmal zu. Wir wollen zu streichen um... Wo ist denn der Vatikano greifen? Da dauert noch ein bisschen, ich mach jetzt vorher die... Nein, hilf mir. Ich hab keine Ahnung, was du sagen willst. Ich hab doch nicht... Weil die... Kolonie fertig. Doch die Skletour. Ah. So, kein Problem. Äh... Ich sehe... 3 lokales Kolonie war... ...10 minus 30, ich minus... Ja, ein Rio Grande wird Fisch produziert, ich weiß, das ist immer so. Ich hab mir gedacht, die sind so Geldreich da unten, ich will Geld. Ich hoffe, das ist auch nicht immer das Wahre, das ist auch nicht immer das Wahre.